Willkommen zurück bei Stardew Valley, Mitte im Herbst. So, wo ist denn unsere Abby? Nicht da. Ach, da steht's hier. Ich bin heute früh aufgestanden und die Tiere ist sofort an. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein wenig einfacher. Dankeschön. Ich habe auch das Wasser für Dumbau aufgefüllt. Ah, ich sehe. Danke. Eine gesamte Prise weht heute. Berkhof durch das Tal. Es riecht nach frischer Kiefer und Salbei. Jo, da hast du recht. Hallo Markus. Danke für den Auftrag zur Steilerweiterung. Zusätzlich zum doppelten Platz im Stall habe ich mir erlaubt, dir noch einen Gutkasten einzubauen. Lege einfach ein Ei hinein, um ihn zu benutzen. Wenn du Platz in deinem Stall frei hast, will das Ei in einigen Tagen schlüpfen. Wie immer, danke für das Geschäft, Robben. Gut. Wo waren die Dias? Nee. Hier. Jetzt bekommen wir mal einen Diamanten dazu. Schauen wir mal kurz nach dem Bier. Nö. Was haben wir hier oben? Ach ja, die Herausforderung für die Schädelhöhle da oben in der Wüste. Gehенные丸. Wir tienen eine solche Dressputzung. Nicht zu. Schauen wir mal kurz. 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 sehr schön auch die weintrauben sind nicht täglich da so wie der hopfen nun gut aber hier ist es fertig so und wir machen dann direkt mal diese bären rein und den rest der bären hier rein ich brauche ganz dringend mehr von diesen fässern und Annahmenfässern hinter beides fässer naja das da rein das da rein schauen wir uns noch mal unseren hyperellen weg an Damit bin ich zufrieden. Wir können aber schauen, was dieser Automat davon kostet. Okay, Iridium Gold habe ich nicht, nur die Batterie hatte ich. Na gut, gehen wir mal nach unten zu notieren. Okay, bisschen größer. Das hier oder? Ne, das hier, ja. Wo sind die anderen Viecher? Hier nicht. Die habe ich, sie hier, das sohn, hier auch. Ach, hier oben. Fehlt mir trotzdem noch ein Huhn, oder? 1, 2, 3, 8, 4, jetzt habe ich alle. Gut. Ähm, das Zeug sollte auch unten reingehen. Mist, ich Idiot. So. Dann nehmen wir mal Schwert und Spitzsache. Und schauen einmal nach, ob Pam beim Bus steht, dass wir da hinfahren können. Jawohl. Aber wir brauchen noch ganz dringend einmal den Teleporter dahin. Und den Gast, glaub ich, unten. Dann rast den Teleporter oben bei den Kameltypen. Ja, Teleporttote im Wüste. Aber ich würde lieber das Rezept haben, aber 10 Barren. Kostet das? Na gut, das können wir uns eh noch nicht leisten. Und er fällt gerade auf, ich habe keinen Teleporter dafür, aber ich kann mir das erlauben. Ja gut. So, Ebene 25 brauche ich. Ja, nee. Ja, nee. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Okay. Okay. Na gut. Okay. 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 nein nicht schon wieder jetzt war ich wieder beim arzt auf ja ok ja gut ok da muss ich echt essen mitnehmen ich hab doch essen ja gut sonderbestellung der kneipe zum sternfeil burgemeister du es ja egal ok das ist ein anderer weg ne andere farbe wird schon passen nein gut das kann auch rein hier kann das beides rein die mario bringen wir mal in die kiste er wird nichts zu sagen dann machen wir jetzt einen kühlschrank mit ähm zutaten und einen mit fertiger nahrung ok dann gehen wir mal schnell schlafen weil so kann ich glaube ich nichts mehr machen so abby hast du dir schon überlegt was wir morgen für unsere auslage verwenden werden ja habe ich in der tat aber vorher schaue ich einmal hier im keller moment das hat jetzt ein stern bekommen ach so wenn ich das da rein mache bekomme das darf man stellen das du oder was na gut also kann ich das wahrscheinlich jederzeit auch rausnehmen hallo marcus du bist so ein guter nachbar da dachte ich mir ich sende dir wenig tierfutter um dich bei deiner arbeit zu unterstützen mach weiter so mani danke mani hallo marcus ich wollte dich nur an das dator valley volksfest morgen erinnern vergiss nicht deine neuen regelstände für deine auslage mitzunehmen das fest beginnt um 9 uhr auf dem startplatz wir sehen uns dort ok sehr schön sonst ist aber nichts fertig glaube ich ne weintrauben auch nicht mehr hier kann ich da noch mal hin ach so so abby ich liebe dieses zeugs ernsthaft du bist echt super marcus hier ist auch hier noch fertig dann kann ich glaube ich auch noch mal auf den rein werfen das wird immer los werden das tierfutter kann ich ja direkt gleich unten zum füttern benutzen so hier das bier rein so hier so hier so hier ist genau Ok, hier haben wir jetzt alle Bühne, nachher nachschauen Sind auch alle glücklich Hm, ja, gehen wir zu Pierre Und holen uns noch Saatgut für irgendwas Wo bist du denn gerade hin? Gutes Wetter für ein Picknick, nicht? Schauen wir uns danach, wo sie hin will Ich nie Mit dem Bus fahren Ach, Abby ist heute in der Stadt Vater scheint es auch ordentlich ganz gut zu gehen Jo Gut, das nächste Mal ist direkt der erste Tag im Sommerpflanzen Dann habe ich mal direkt Sommer und ähm Ja, komplett Mais Machen wir nochmal Süßkartoffeln, glaube ich So Die pflanzen wir jetzt an Und ich glaube dann schlafen wir direkt, auch wenn es noch früh am Tag ist Dass wir noch diese Woche das Volksfest ähm machen können Oder? Soll ich mir das Oder soll ich... Nee, oder? Nee, nee, doch nicht Ich glaube ich mach das doch nächste Feuere Dann ist es nicht so gehetzt Weil jetzt in selben Minuten noch das Volksfest das ähm Das wäre ein bisschen viel Ödruck, glaube ich So Dann gehen wir gleich noch ein bisschen in die Mine Hier Also und die hier bei uns Also und die hier bei uns Oder den Steinbruch Aber ich glaube dafür hol' ich mir mal Bomben schnell Wo ist deine Stelle? Gut, ähm Bomben, sagt ich Mehr Bomben habe ich doch nicht Nee Nee Dein Bruch So So Schnell weg hier Die andere machen wir mal hier so hin Oder nicht hier Nein Mist Egal Ja So und den Rest kann ich glaube ich so wegkloppen Sehr schön Und in die Mälen Und in die Mälen Moment So Machen wir mal Ebene 85 Kein Gold Kein Gold, okay Dann gehen wir nochmal an Ebene 80 Ich Und wo ist, was weiß ich Es ist der Diese Die 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 noch so ein Krabbenvieh ja sehr schön zuerst das Ding da oh ich bin fast tot ich muss irgendwas essen Mist Nein bitte nicht das Gold und bitte nicht wieder irgendwie 15.000 weg naja passt das nächste Mal bis auf 4 1 und 3 Ringstände mein Schwert mein gutes Schwert erst mal hier Vampir Ring erhalte jedes Mal ein wenig Leben zurück wenn du ein Monster erledigst das ist auch gut brauchst du was? ist erladen hm 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 ich glaube ich könnte mir auch einfach dieses Lava-Katana holen Schwertstufe 10 meinst ich weiß nicht machen wir mal dann sind wir wenigstens wieder mal ein bisschen stärker aber trotzdem kann er mir die Amatisten wiederholen dann hätte ich noch ganz gerne so ein dekoratives Schwert und ein Wandschwert das Lava-Schwert das testen wir nächstes mal also nächstes mal in der Mine äh Bushalter und überhaupt wahrscheinlich auch nächstes mal erst das ist schon groß so oder nee wir machen das mal dahin mal schauen es noch kommt dahin und dann machen wir unsere Taschen erstmal leer so das Rollt können wir einschmelzen habe ich zu viel noch mehr Rollt? hier damit kann ich auf jeden Fall dann meine Spitztache endlich mal erweitern das ist beides hier rein das kann ich hier austauschen dann kommt der erstmal hier rein das ist gut dann gehen wir mal schlafen ja ins Bett dann würde ich sagen bis hier weiter geht es in meiner nächsten Folge vielen Dank fürs Zuschauen lass gerne ein Like, Abo und Kommentar da und bis zum nächsten Mal show show